was geht leute und servus von der umlaufbahn südlich von münchen ich habe richtig bock auf kreise fahren und genau deshalb wäre ich gern euer super orbiter aber auf wegen wie diesen macht es einfach nicht so viel spaß mit schmalen rennrad reifen mit dem veloheld von meiner freunde macht das richtig bock aber das ist leider kein tandem das heißt zusammen schotter is not the only gravel fahren geht halt trotzdem nicht und da passt das natürlich wie eine kette aufs ritzel dass es da ein starkes vortex allround bike on top gibt also macht mich zu eurem superorbital ja jetzt muss ich das alles wieder hochlatschen und mein knie ist auch noch nass und dreckig